Der Samson hat jetzt gerade wieder einen Rüffel gekriegt von der Beri. Von lauter Verzweiflung legt er sich jetzt in die Welpenkiste. Und hier draußen ist noch Wuselwusel, gell? Das ist ja heute der erste Freigang. Ich bin gespannt, wann der erste den Eingang in die Welpenkiste findet. Der Herr Gold? Ja, vielleicht. Da ist der Spiegel. Oh, der Herr Gold. Was? Was? Na, das wird heute Kraft kosten. Wir fangen ja auch bald mit dem Zufüttern an. Ich glaube, nach solchen Anstrengungen braucht man bald ein Fleisch. Aha, die Beri studiert jetzt ihren Pfiff ein. Das ist jetzt sehr interessant, weil die Beri jetzt anfängt, ihren Pfiff einzustudieren. Na wohl. Na, Samsicke, jetzt trafst du dich noch nicht so ganz... Das ist auch für den Samson jetzt neu, dass er so nah hin darf. Mhm. Was denn? Das ist der Herr Weiß. Der Herr Weiß ist ein ganz mutiger, kluger... Herr Weiß. Mhm. Mhm. Beri, wo bist du denn du? Beri? Ja, wo bist du? Komm halt wieder mal rein. Beri, komm. Naja, die Beri weiß schon, wie sie ihre Schar erzieht. Ja, Samsicke. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schau mal, da kommt einer. Da kommt einer deiner sieben Söhne. Das ist nämlich der Herr Lilla. Der Prixi ist das. Der Prixi. Untertitelung des ZDF, 2020